Hi, ich bin Jonathan und studiere angewandte Informatik bei Brassler in Nembo. Heute nehme ich dich mal in meinen Alltag mit und zeige dir, wie meine Aufgaben aussehen. Komm mit! Bei Brassler werden für die verschiedenen Arbeitsaufgaben immer wieder individuelle Werkzeuge benötigt. Die entsprechenden Anforderungen der Fachabteilung laufen bei uns in der IT zusammen. Meine Aufgabe ist es, die Werkzeuge auf Basis der Wünsche der jeweiligen Abteilung zu entwickeln und anschließend mit Hilfe unseres 3D Druckers zu drucken. Typisch für die IT gehören auch Programmiertätigkeiten zu meinen Aufgaben während des dualen Studiums. Beispielsweise programmiere ich Roboterarme für unsere Fertigung. Das ist echt cool, weil ich die geschriebenen Anwendungen nicht nur am PC, sondern auch live an den Robotern testen kann. Ich bin aber nicht nur der Ansprechpartner für unsere hausinterne Produktion, sondern auch für die digitalen Produkte, die bei unseren Kunden im Einsatz sind. Zum Beispiel übernehme ich den Support und die technische Weiterentwicklung für unseren digitalen Lagerschrank Dentithing, der bereits in vielen Zahnarztpraxen und Laboren genutzt wird. Hierfür entwickle ich unter anderem Programmcodes, mit denen der Schrank konfiguriert werden kann. Das war ein Einblick in den praktischen Teil des Studiums zur angewandten Informatik bei Brassler. Eine Praxisphase dauert übrigens drei Monate und findet im Wechsel zu den Theoriephasen an der FHDW in Paderborn statt. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt bei uns und werde Teil des Prassler-Teams.